so ein haufen aufgebot keiner weiß warum also ich blicke ganz die hütte steht kein rauch ich verstehe es nicht tja hier ist immer mal was los blinder alarm gas alarm das wäre es ja noch tja ist kein wunder wenn der haupteingang auch nicht richtig gesichert ist so so notarzt na gut es wird sich irgendwie auflösen